Ja, jetzt haben wir einen WM-Podcast und die Frage ist, wie heißt der jetzt? Das ist die Frage, Kruse und Pocher oder Pocher und Kruse? Ja, also gehen wir jetzt nach Sportlichen, geht's nach Optik, geht's nach Entertainment? Ich würde sagen, in beiden Fällen liege ich vorne. Immer, ja. Von daher für mich absolut Kruse und Pocher. Kruse und Pocher? Ja. Was ist Pocher und Kruse, wenn man sagt, der Entertainment-Faktor? Dann wäre auf jeden Fall Pocher und Kruse. Oder wer hat mehr Follower? Aber es geht ja nicht nur um Follower. Nein, es geht um Fußball. Wenn es um Charakter geht, können wir uns dann auf Pocher machen? Dann müssen wir so eine Mischung machen. Okay, ich gebe mich geschlagen. Weißt du, der Klügere gibt nach, dann ist es halt Kruse und Pocher. Absolut einverstanden bin ich. Ja, gut, dann lassen wir es so. Das ist der beste WM-Podcast aller Zeiten. Können wir uns darauf einigen? Ja, und wo kommt der? Regelmäßig immer bei Podimo. Exklusiv. Wo sind sonst?